Hallo, ich bin Julia von decadentdcaf.com, der führenden Marke für koffeinfreien Kaffee in Großbritannien. Heute stellen wir uns die Frage, darf man während der Keto-Diät entkoffeinierten Kaffee trinken? Bevor wir über entkoffeinierten Kaffee und die Keto-Diät sprechen, fragen Sie am besten, was die Keto-Diät ist. Einfach ausgedrückt ist die Keto-Diät eine sehr kohlenhydratame, fettreiche Diät, die viele Ähnlichkeiten mit der Atkins-Diät aufweist. Dabei wird die Kohlenhydrataufnahme drastisch reduziert und durch Fett ersetzt. Diese Reduzierung der Kohlenhydrate versetzt Ihren Körper in einen Stoffwechselzustand, der Ketose genannt wird. Wenn dies geschieht, wird Ihr Körper unglaublich effizient darin, Fett für Energie zu verbrennen und Fett in Ketone in der Leber umzuwandeln, die Energie für das Gehirn liefern können. Infolgedessen können ketogene Diäten neben anderen gesundheitlichen Vorteilen zu einer massiven Senkung des Blutzucker und Insulinspiegels führen. Glücklicherweise sind die von der Keto-Diät genehmigten Getränke nicht auf Wasser beschränkt. Tee und Kaffee sind ebenfalls erlaubt. Kann man also entkoffeinierten Kaffee während der Keto-Diät trinken? Die Antwort lautet, ja, Sie können bei der Keto-Diät sowohl koffeinhaltigen als auch entkoffeinierten Kaffee konsumieren. Und welche Arten von entkoffeiniertem Kaffee können Sie während der Keto-Diät trinken? Keto-freundlicher entkoffeinierter Kaffee ist in einer Reihe von Optionen erhältlich. Normaler schwarzer Kaffee wie Espresso, Americano und Eiskaffee, die keine Kalorien oder Kohlenhydrate enthalten. Kaffee mit Sahne, das liegt daran, dass er im Rahmen der Keto-Diät den Fettgehalt erhöht. Milch ist jedoch nicht erlaubt. Lattes und Kapokzinos sind erlaubt, wenn ungesüßte Kokosmilch oder ungesüßte Mandelmilch verwendet werden. Hier bei decadentdecaf.com empfehlen wir den Swiss Water Process zur Entkoffeinierung der Wasser ohne Chemikalien zur Entkoffeinierung der Kaffeebohnen verwendet und zu 99,9% koffeinfrei ist. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte www.decadentdecaf.com oder besuchen Sie unseren YouTube-Kanal für weitere Videos zu den Themen entkoffeinierter Kaffee, Koffein und Kaffee.